Hallo liebe Freunde der gepflegten elektronischen Teilung, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City im 100% Run. Wir hatten letztes Mal die Hauptstory beendet und jetzt können wir uns überlegen, oder ich kann mir jetzt überlegen, ob ich jetzt erstmal nochmal in Arkham City weiterspiele. Die Story Plus anfühle, obwohl die mache ich noch nicht, die mache ich ganz, 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 ganz zum Ende. Deshalb machen wir jetzt Harley Quinns Rache. Bin dabei. Gibt's was Neues, Bob? Nichts. Er ist schon zwei Tage fort. Ich mach mir Sorgen. Du weißt, wie ihr wahr seid. Ich werde ihn finden. Ich hoffe, du hast recht. Harley Quinn scheint sich auf eine Belagerung vorzubereiten. Was hat sie vor? Finde Batman und sieh zu, dass du von dort verschwindest, okay? Keine Sorge, Barb. Du kennst mich doch. Du klingst genau wie er. Hmm. Du wolltest mich da verwecken lassen. 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 Verdammt, wer ist dieser Loser? Das ist Robin. Tötet ihn. So, dann können wir ja endlich anfangen. Upsa. Jetzt muss erstmal gerade ein bisschen über der Steuerung wieder klarkommen. Komm, wir schreiben heute... Upsa. Den 19. März... Ups. Ha, schön konzentriert. Pams. Ähm... Bei Harley-Quints-Rache musst du erstmal wissen, wir haben ein deutlich kleineres Gebiet. Wir sind eigentlich nur noch... Nicht eigentlich, sondern wir sind nur noch im Industriegebiet. Nicht mehr im... In der U-Bahn, nicht mehr im Museum und so weiter und so fort. Nur noch im Industriegebiet. Was aber nicht heißt, dass es, ähm... Weniger zu tun gibt. Ich versuche nachzudenken. Das tut es weh. Halt dein blödes Maul! Du kannst von Glück reden, dass ich dich noch brauche! Ha, tut es weh. Ha, komm, 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 mal auf, mal auf! So, und... Ups! Barb, ich habe die vermissten Beamten gefunden. Quinn hat sie. Irgendeine Spur von Bruce? Negativ. Ich werde weitersuchen. Harley hat dem Polizisten gesagt, dass sie noch was mit ihnen hat. Sie durften vorerst in Sicherheit sein. Sei vorsichtig. Es wird alles gut. Versprochen. Glaubst du? Er ist nicht mehr derselbe, seit... Er spricht nicht mal mehr über Talia und der Joker. Sobald wir ihn gefunden haben, helfen wir ihm. Mehr können wir nicht tun. Weg ist er. Er ist auch ein Vampir. Bitte. Bitte. Das Visible-Di wird diesen Bereich stürmen. Ihr werdet alle sterben. Ach ja. Das glaube ich nicht. So, hier gibt es, ähm... Auch Ballons. Ballons. Äh, die ich alle zerstören will, muss, für die 100%. Da ist schon mal der Erste. Und das DCP-Di-Beladen... Biii... Pam. So. Wir wissen also, Batman ist verschwunden. Gibt's was Neues von Harley? Ne, die heult vermutlich immer noch. Sie muss endlich mal drüber hinwegkommen. Sie wird langsam zu einer Belastung. Sonst noch was? Hast du vor, den Laden zu übernehmen? Vielleicht. Das will ich sehen. Glaubst du, ich hau's nicht drauf? Na, was zeichnet dich aus? Preece ist ein verrückter Wissenschlaftler mit einer Kältekanone. Two-Face hat eine vernarbte Fresse. Was hast du? Mir fällt schon was ein. Na klar. Du hast zu Thanksgiving mal eine ganze Familie umgelegt, weil deiner Mama der Truthahn angebracht hat. So, bis da hat's. Wer ist das? Äh, es gibt einen Erfolg. Upsa. Äh. So. Äh. Rauchbomben wollte ich jetzt aber nicht haben. Nö, jö, jö. Äh. Ha, schön. Das wollte ich haben. Ich wollte, äh, Ausrüstungsangriff. Oh, ach so. Ich wollte eigentlich nur den von Robin haben, dass man fünf, ähm, Schnellausrüstungsangriffe nutzt. Aber die zwei Erfolge habe ich da jetzt auch schon mal. Sehr schön. Jetzt können wir nicht auch wieder ein bisschen mehr reden, weil ich versucht habe, die alle einzusetzen. So, äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Hier war auch noch was. Hier war glaube ich so eine sprengbare Wand. Genau. Wir halten aber noch nach dem Ballons aus. Schau, und wir spielen nicht ganze Zeit Robin. Den werden wir jetzt eine Weile spielen. Dann wechseln wir einmal zu Batman zurück. Und, ähm, ja. Dann nochmal zu Robin zurück. So. Zack. Und halt immer nach den Ballons ausschalten. Die können halt auch unter den Decken gern sein, über den Eingängen, da wo man nicht so direkt hinguckt. Ah, ne, von hier komm ich ja. Ähm, joa. Nö, siehste. Ah, so. Hui, Pommes. Richtig. Und zwar so. Hui, Pommes. Das seh ich ein bisschen anders. Arm gebrochen, Schulter gebrochen, Genick gebrochen und so weiter und so fort. So, wo muss ich jetzt hin? Hier hin? Genau, hier lang. Äh, stopp. Es gibt noch einen Erfolg, äh, mit Batman. Den erwähne ich jetzt aber nur. Äh, ich muss etwas unter drei Minuten schaffen. Und dafür will ich am besten, ich weiß nicht, ob ich dafür hier langen muss, aber ich will dafür vorsichtshalber mal Vorkehrungen treffen. So. Super. Er hat, er hat, er hat, er hat den Schüler, die Schüler, den Schülersprung tritt. Hä? Und ein anderer Erfolg ist, ich muss einen bewaffneten Gegner snapflashen, einen nicht bewaffneten und einen Titan-Handlanger. Jetzt frage ich mich, wie die Leute snapflashen kann. Oh, Ballon. Pumpen aus. Nee, Pumpen aus. Das ist doch nichts. Nur keine Sorgen. Jeder, der hier langkommt, wird es schrecklich bereuen. Das bin ich drauf. Ich hab den Kontakt zu den anderen verloren. Das gefällt mir gar nicht. Ist gar kein Problem. Oh. Wenn ich den Penner erledigt hab, wird alles aus. Robin hat ein Schild. Ich will dich dann mal besuchen. Links seht ihr, wie das aushält, wie viel das noch aushält. Hast du gerade versucht, kannst du baddeln? Nein, nicht. Ich meine, ich wollte nur höflich sein und helfen. Nein, bitte. Du verstehst nicht. Nein, echt. Vielleicht verzeih ich dir. Enttäusch mich, du wirst es bereuen. Ach, ist es nicht. Wie willst du nur mit diesem Idioten-Plak kommen? So. Schnell ausschalten. Ausschalten, hab ich gesagt. Hintern kaputt. Poms. 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 verdammt nochmal. Was ist denn mit euch Idioten los? Hallo? Wo du aufstehst? Ich weiß, dass du da bist. Hörst du mich? Ich weiß, dass du hier bist. Es ist zu spät. Los, verdammt, beeil dich. Ich will nur, dass es ordentlich gemacht wird. Harley übertreib's. Batman ist vorhin hier langgekommen und jetzt haben wir ihn. Ja, aber was ist, wenn ein anderer Held kommt, um ihn zu retten? Was, meinst du, den Jungen, der ihm hilft? Ich hab keine Angst vor Kindern. Was ist mit der Katze? Die hilft ihm auch manchmal. Vor der hab ich auch keine Angst. Tja, ich schon. Und aus diesem Grund mach ich es richtig. So, wir schalten einfach zwei auf einmal aus. Oh. Halt's Maul. Einer von uns arbeitet. Wer ist das? Robin. So. Das hätten wir auch. Was ist denn da oben drin? Nix. Denn, aber was schöner, was Robin auch kann, ist, verdammt, jetzt hat er es kaputt gemacht. Toll, Robin. Hast du ganz toll gemacht. Weißt du? Ich wollte sagen, er kann auch so schön gleiten. Aber er hat es kaputt gemacht. Er hat es einfach kaputt gemacht. Wisst ihr? Hat es unglaublich. So. Na los, heb ihn auf. Auf keinen Fall, Mann. Das Ding ist gefährlich. Hast du gesehen, was es gemacht hat? Ist nur ein Gürtel. Nein, es ist Batman's Gürtel. Wer ist das? Scheiße. Ich wollte euch doch den schönen Dialog da demonstrieren. Batman's Gürtel hat nämlich über einen Stromschlag verpasst. So, wen krallen wir uns denn mal? Einen Ballon habe ich zerstört. Ja, ich zerstöre Ballons. Ich bringe sie nicht zum Platzen. Ich zerstöre sie. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballons es gibt. Müssten wir nachher mal nachkommen. Ach komm, ich nehme dich einfach. Ich? Snapflashen. Hast du Angst, Robin? Äh, wer ist denn hier noch bewaffnet? Äh, wer ist denn hier wer, giltst du als bewaffnet? Mann. Gehst du an? Ich versuche eigentlich nur diesen... Ich versuche eigentlich nur diesen...